Die sexuelle Orientierung ist mit in die Wiege gelegt. Und als glaubender Mensch, wenn ich sage, ist mit in die Wiege gelegt, heißt, es ist in der Schöpfung und es ist also auch ein Werk des Schöpfers. Und ich erwarte eigentlich im Übrigen auch mit zahlreichen Bischöfen, dass wir eine Veränderung der Sexualmoral brauchen, auch eine neue Sicht auf Homosexualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017